Hallo und herzlich willkommen zurück zum nächsten Video aus meiner Videoreihe zum Pixel Perfect Zeitbilder. Wir sind jetzt also in dieser Seite, die wir soeben geöffnet haben, eine völlig leere Seite. Und ihr seht schon hier einige Sachen, die hier angezeigt werden, und zwar diese Hilfslinien hier. Das sind imaginäre Hilfslinien, die euch sagen, wie breit die Seite dann im Browser aussehen könnte. Also hier müsst ihr das euch schon mal merken. So weit dürft ihr arbeiten, von hier links nach hier rechts. Alles was drüber raus fällt über diese Linien, kann dann eventuell nicht mehr angezeigt werden. Da wird auch dieser Button zum Einsatz kommen, denn ihr könnt jetzt eure Seite zum Beispiel etwas verbreitern in der Aufmachung. Ihr könnt sozusagen euer Design auf 1240 verbreitern. Ihr seht, das gerade ist etwas breiter geworden. Und wenn ich das wieder verkleinere, gehe ich hier jetzt einfach wieder auf Downgrade, also verkleinern. Und dann wird es wieder 990 breit. Ich arbeite gerne mit 1240, deswegen stelle ich das wieder ein. Und arbeite dann mit einer Auflösung mit 1240 Pixeln. Hier oben, das ist die Navigas Lohnsleiste, die ihr immer habt, wenn ihr arbeitet. Ihr seht schon hier oben, da gibt es drei verschiedene Icons für die verschiedenen Devices. Also Desktop, Computer, Tablet, mobile Version, Handy Version. Hier könnt ihr, wie gesagt, die Größe ändern auf die Bildschirmgröße, die ihr haben möchtet. Dann gibt es hier dieses Licht hier, dieses Fontlichter, also dieses Licht hier. Ich hatte am Anfang nie gewusst, wozu das da ist. Mittlerweile weiß ich, wenn ihr hier auf Mobile Version geht, seht ihr hier, wenn ihr auf dieses Licht geht, dass dann sozusagen das Handy richtig dargestellt wird und alles, was drumherum wird, etwas dunkler dargestellt. Das ist ganz hilfreich, wenn man dann hier arbeitet damit zum Beispiel. Und weiter geht es hier mit dem Auge. Das sind Sachen, die dann hier versteckt werden können, wenn ihr zum Beispiel ein Objekt hier in eurer Webseite habt, das ihr aber auf dem Tablet oder auf dem Handy nicht angezeigt haben möchtet, könnt ihr euch das dann durch diese Funktion ausblenden und das wird dann alles hier eingeblendet, was versteckt ist. Das heißt also, es ist nicht gelöscht, sondern es wird einfach nur versteckt und wird dann hier an dieser Liste angezeigt. Das ist klar. Hier kann man zurückgehen, den letzten Schritt zurück, also rückgängig machen oder etwas verändern. Das Lineal wird hier angezeigt, hier oben. Hier kann man Hilfslinien einbauen. Also ihr seht schon, bei der Handyversion noch gerade eine blaue Hilfslinie drin. Ich zeige euch schon mal, wie das aussieht auf dem Desktop, wenn ihr zum Beispiel hier eine Hilfslinie einbaut, weil ihr euch sagt, okay, ich möchte hier bei 50 anfangen und möchte dann bei, das ist ja 1240 breit, also ist das dann 50 weniger, 1190 sind das dann ebenfalls 50 von der Seite. So könnt ihr euch sagen, okay, hier fange ich immer an und hier beendet es immer, sozusagen als Hilfslinie einbauen. Die Hilfslinien erstellt man, indem man einfach hier auf das Lineal klickt und dann werden die angezeigt. Die kann man dann auch verschieben oder auch horizontal hier einbauen. Die kann man ebenfalls verschieben. Und wenn ihr die wieder weg haben möchtet, klickt ihr einfach dann mit der rechten Maus, dass ihr auf diesen Punkt hier, ebenfalls hier oben, immer auf die Punkte klicken und dann gehen die Hilfslinien automatisch weg. Das ist die Vorschau für die Seite. Hier könnt ihr euch die Vorschau eurer Seite schon anschauen, wenn ihr die noch nicht veröffentlichen wollt, die Seite. Und hier habt ihr den Button zum Speichern. Dieses Panel lasse ich mit Absicht mal weg, weil ich bisher noch nie damit gearbeitet habe. Das ist aber wohl auch nicht notwendig unbedingt. Deswegen ist Speichern hier der letzte Punkt, den ich jetzt ansprechen möchte. Ansonsten ist das eigentlich schon alles. Hier oben seht ihr dann noch eine Auswahl. Und zwar ist das dann die Auswahl der jeweiligen Seiten, die ihr erstellt habt. Wenn ihr also 10 Seiten erstellt habt, werden hier alle 10 Seiten angezeigt bekommen. Und unter diesen Seiten könnt ihr dann jeweils die Ansicht wechseln und dann an den entsprechenden Seiten weiterarbeiten. Das Linear habe ich schon erklärt. Jetzt werde ich mal die Hilfslinie mit einbauen, die ich vorher wieder ausgeschaltet hatte. Und wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, dann zu sehen, wie weit ihr hier arbeiten könnt, um euren Content die einzubauen auf die Webseite. Was ihr hier oben noch seht, ist diese Kopfzeile und diese Fußzeile hier unten. Das Graue, das ist also der Header, die Kopfzeile. Und hier unten, das ist der Footer, die Fußzeile. Meistens wird oben in der Kopfzeile das Menü eingebaut. Oder Kontaktinformationen zum Beispiel, Navigation und so weiter und so fort. In der Fußzeile ebenfalls, da kann man zum Beispiel Copyright einbauen, Links einbauen oder zum Beispiel Icons für die sozialen Medien. Das ist eigentlich schon alles zur Übersicht von dem Pixelperfekt Zeitbilder. Und das hier ist die Magie dann. Mit diesen Buttons hier könnt ihr dann später anfangen zu arbeiten. Und wir fangen dann direkt hier oben an. Ich erkläre euch hier die einzelnen Punkte dann direkt im nächsten Video. Habe ich noch was vergessen? Ich denke mal nicht. Deswegen möchte ich euch danken, dass ihr das Video geschaut habt. Und wie gesagt, im nächsten Video geht es dann hier oben weiter mit diesem Button. Und ich freue mich, dass ihr beim nächsten Video ebenfalls dabei seid. Schreibt mir euren Kommentar unter die jeweiligen Videos, wenn ihr was nicht verstanden habt. Abonniert meinen Kanal und gebt natürlich meinen Videos ein Like. Also bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao, euer Andi.